Wir haben hier Druck. Der Druck steigt nämlich mal an. Können wir es jetzt blühen? Ich schätze, vielleicht soll das so sein und wir haben das eben so als Vorgabe gebraucht. Was ist das, wenn jetzt hier von den beiden Druck zusammenkommt? Vielleicht. Aber wirklich, vielleicht. Können wir es jetzt hier hinsetzen? Das muss also hier sein. Das Geräusch kommt von hier irgendwo. Ja, von hier. Aber was wollen wir damit? Okay, wir können jetzt nochmal sagen und nochmal ordentlich pumpen. Steckt fest. Steckt fest. Steckt fest. Okay, jetzt stecken wir nochmal alle. Ne. Der steckt. Jetzt. Daniel? Ist das du? Was? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich noch den Kopf dafür habe, dieses Rätsel zu lösen. Die sollen ja so bleiben. Alle. Alle. Ja, alle. Okay. Und da drüben. Ersteckt. 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 Ja. Ja, vielleicht sollen wir hier auch noch raus. Okay, wo geht's hier hin? Kerze. Danke. Das ist keine Notiz für uns, schade. Wir haben hier Verankerungen oder Gewichte. Okay, mal angenommen, wir geben die jetzt einfach mal so nach oben. Keine Ahnung, was das bringt, aber... Okay, wir haben drei Gewichte in der Luft. Und wir haben ein Portal, das ich jetzt entdeckt habe. Na, bleibst du offen. So, jetzt hier noch. Danke. Da, du kommst. Mit. Mit Seite, du kommst mit. So, aber eins fehlt noch um die Apparatur zu vervollständigen Oder? Ne? Ja, es bewegt sich und weiter Wieso auf einmal? Es ist irreparabel Beschädigt Ja, warum ist das so? Können wir das jemand erklären? Ja, die Rohren Die passen so Na, was sollen wir jetzt tun? Es ist ordentlich Druck im Kochtopf Moment, Handkörbe Ah, Handkörbe Ich verstehe Spin this shit Kann ich die mitnehmen? Ne, schade Okay Wir haben hier Gewichte nach oben gezogen Wir haben hier Weitere Gewichte Die feststecken Das bedeutet Rechtes Gewicht Mittlere Höhe Oder Jetzt ist es in dem Fall des Sneaky Gewicht Und Keine Ahnung wozu wir Gewichte brauchen Aber scheinbar brauchen wir sie Mal sehen was die Systeme jetzt gemacht Gar nichts? Ok Dann Oh 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 Blüten Oh 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 ąż Oh 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 Hey Leute, ja ich werde mich puffen legen, wie es Herr Grauk immer so schön sagt. Ich bin nämlich echt fertig gerade und traue das gerade in meinem gestrigen Zustand nicht mehr zu. Ja deshalb, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.